Hallo zusammen und willkommen zurück zu The German Podcast Episode 20. Wir haben es geschafft. Nur einen Tag später nehme ich die übrigens auf nach Episode 19, die das Thema Zufall oder Schicksal thematisiert hat. Das Thema thematisiert. Eine Tautologie möchte ich gar meinen. Also die dunkle Nacht, weil die Nacht ist ja immer dunkel. Es ist dann, ja gut, kommt darauf an. Also ich sag mal, in manchen Teilen der Welt, da geht die Sonne in manchen Jahreszeiten auch nie wirklich unter und da bleibt es auch Nachtzell. Aber ihr wisst, was ich meine. Das ist nicht das Thema dieser Podcast Episode. Ich find's schön, wie ich mich manchmal einfach stark verzetteln kann. Ungewollt natürlich. Das Thema der heutigen Folge ist tatsächlich ein eher spontanes Thema. Ich hab ja hier und da mal erzählt, dass mir einige Podcast Themen schon länger auf dem Herzen liegen, beziehungsweise, dass ich die schon länger in Planung habe. Aber dieses Thema, das ist eigentlich ein bisschen spontaner. Aber trotzdem vielleicht ganz interessant. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, wie ich die Folge nenne. Ohne, ohne dass es allzu sperrig klingt oder zu lang ist. Aber ich arbeite mal mit dem Working Title, beliebte Dinge, die ich nicht mag. Also Dinge, die andere Leute total mögen oder sogar lieben, die sie als Hobby haben oder die sie einfach normal machen. Also Dinge, die für andere normal sind und die ich absolut nicht mag. Oder auch Dinge, die im Alltag, im Alltagsleben total normal sind, aber die ich, weiß ich nicht, die mag ich nicht. Das mach ich nicht. Da weigere ich mich. Ich rebell. Und das sind, ich hab mir da wieder ein paar Notizen gemacht, tatsächlich. Ausnahmsweise, in Anführungszeichen. Da sind wirklich ein paar Sachen dabei. Also das ist jetzt nichts ultra kurioses oder so. So ist es jetzt nicht. Also er wartet jetzt hier nicht irgendwie total die krassen Sachen von wegen, ich mag es nicht zu atmen. Andere Leute tun es, deswegen mag ich es nicht und so. Ich lass mir Kiemen wachsen oder keine Ahnung. Das jetzt nicht. Also so krass wird es jetzt nicht. Aber so ein paar Sachen sind halt dabei. Und ich beginne einfach mal, without further ado. Ich weiß nicht, wie sagt man das im Deutschen? Wie hätte Shakespeare das auf Deutsch ausgedrückt? Ohne... Also ich kenne einen anderen deutschen Satz. Einen kleinen Spruch. Ich weiß nicht, ob das ein Spruch aus Norddeutschland vor allem ist, aber der lautet Weiter geht's in wilder Fahrt. Wozu die langen Pausen? Das sagt nämlich der liebe Alex Flattermann85, ein guter Freund und YouTube-Slash-Let's-Play-Kollege, mit dem ich jetzt seit 10 Jahren befreundet bin, ist in der letzten Folge auch schon zu Wort gekommen, beziehungsweise erwähnt worden. Er war nicht zu Gast, aber er war Teil der Folge letztendlich, weil es auch um ihn ging unter anderem. So. Und jetzt fange ich auch wirklich an. Das erste Thema, die sind ein bisschen, also ich muss vielleicht noch kurz sagen, die sind alle ein bisschen zufällig gewählt. Also da ist jetzt nichts chronologisch dabei, wo man jetzt zeitlich sagen könnte, von früher bis heute oder so, sondern so wie sie mir eingefallen sind. Und der Anlass dieser Episode oder die Idee kam mir tatsächlich vor 10 Minuten. Und das hat damit zu tun, Sirene, Krankenwagen, vielleicht hört ihr es, vielleicht auch nicht. Ich wohne gegenüber von einem Krankenhaus, deswegen kann es ab und zu mal sein, dass hier ein Krankenwagen herfährt. Jedenfalls, vor 10 Minuten ist hier, just an meinem Haus hier, wo ich wohne, an meiner Wohnung, ein sehr lautes Auto vorbeigefahren. Und das passiert ab und zu schon mal. Ich habe hier eine relativ gute Isolierung, das heißt, ich höre das nicht allzu krass, aber durchaus. Und da kam mir wieder in den Sinn, was mich schon seit etlichen Jahren stört. Und was ich einfach, wo ich persönlich sage, das gibt mir persönlich nicht wirklich was. Und das ist aber etwas, was viele andere Leute total abfeiern. Und das sind sehr laute, so schnurrende, brummende Autos. Also Autos, die so einen starken Klang haben, wie so Sportwagen und sowas, wo man dann sagt, boah, der schüsselt aber richtig und huuuh. Und boah, wie laut der ist und dieses Motorengeräusch, wenn ich aufs Gaspedal trete, boah, das gibt mir voll den Kick und so. Das sollen die Leute ja gut finden, wenn sie es wollen, aber ich weiß ich nicht, ich brauche das nicht. Ganz ehrlich, das gibt mir überhaupt nichts. Ich kann ein, also rein ästhetisch kann ich natürlich ein schön klingendes Geräusch auch wertschätzen. Oder ich kann Geräusche auch schön finden, die laut sind, so ist es nicht. Ich höre ja auch teilweise laut Musik, auch wenn man auf Konzerten ist oder so natürlich. Und da bin ich eigentlich auch schon mit bei einem der Gründe, warum ich diese laut Motorengeräusche und laute Auspuffgeräusche von Autos oder auch Motorrädern oder Trikes oder irgendwelchen anderen motorisierten Vehikeln nicht mag. Ich persönlich bin halt jemand, der, wenn er Auto fährt, immer Musik hört. Es sei denn, ich habe natürlich irgendwie einen Gast bei mir im Auto, mit dem ich mich dann unterhalte. Aber wenn ich alleine fahre, ich würde halt immer Musik hören. Und ich bin einfach nicht ein Fan davon, die Musik so laut aufdrehen zu müssen, weil das Motorengeräusch zum Beispiel so laut ist, dass ich dann irgendwie, da schließt sich so ein bisschen der Kreis gerade eben zu dem Geräusch, dass ihr, zumindest was ich gehört habe, vielleicht hört ihr es in der Aufnahme nicht, dass ich Krankenwagen und sowas nicht mehr hören kann und nicht weiß, woher die kommen. Und ich weiß nicht, also wie gesagt, diese lauten Motorengeräusche, ich kann verstehen, warum Leute das gut finden, aber ich persönlich als absoluter Musikliebhaber hätte da überhaupt keinen Bock drauf, so ein lautes Auto zu fahren. Das wäre für mich ein Kriterium, um zu sagen, ja, also so ein Sportwagen, wenn ich mir leisten könnte oder irgendwann mal leisten können sollte, das ist ein schönes Auto, aber wenn er so laut ist beim normalen Fahren oder auch wenn man irgendwie auf die Tube drückt und so, nee, ich brauche das nicht. Und da kommt ja auch noch ein anderer Aspekt dazu, das ist jetzt eine Unterstellung meinerseits, aber ich glaube, da ist durchaus ein bisschen bei manchen zumindest was dran, das schraubt halt so das eigene Ego auch nochmal nach oben. Also, boah, ich habe so ein geiles Auto und ich fahre so ein teures Auto und das ist so laut und das hört man überall in der Nachbarschaft, wenn ich durch die Straßen fahre. Ja, geil, Junge, dann hast du jetzt ja ein richtig großes Ego da durchbekommen. Ach ja, das ist so, sich selbst sein eigenes Ego so ein bisschen aufblasen durch solche Dinge. Das finde ich auch immer so ein bisschen bedenkenswert persönlich, also, weil da macht man sich, glaube ich, ein bisschen was vor, weil das ist genauso, ich will jetzt nicht sagen, so eine Art Fluchtreflex, würde ich vermuten, von einigen Leuten, die sich auch total in Videospiele flüchten und zwar krankhaft, also mit Suchtverhalten. Ich meine nicht Leute, die häufig mal spielen und das als Hobby haben, sondern wirklich Leute, die nicht mehr ohne Spiele können oder ohne andere Ablenkungsmanöver, weil sie mit sich selbst nicht klarkommen oder weil sie persönliche Probleme haben oder so oder ein geringes Selbstwertgefühl, ein geringes Selbstbewusstsein und dann vielleicht auch zu, weiß ich nicht, wenn sie es sich leisten können, teuren Autos greifen oder zu anderen Statussymbolen, zu anderen luxuriösen, teuren Statussymbolen oder vermeintlichen Statussymbolen, muss ich ja sogar auch sagen, weil das ist ja auch immer teilweise Ansichtssache. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass manchmal auch vor allem Autos, bei manchen jungen Leuten zumindest, jetzt spreche ich alter Mann schon über junge Leute, ich werde 30 dieses Jahr, aber so weit ist es jetzt gekommen, das ist immer so dieses, sobald man anfängt über andere Teenager und sowas mit jungen Leuten, also den Begriff jungen Leute zu verwenden, dann ist man glaube ich tatsächlich nicht mehr ein Teil der jungen Leute. Nein, aber natürlich bin ich noch jung im Vergleich, ist ja klar, aber wo wollte ich darauf hinaus? Entschuldigung, ein bisschen abgedriftet. Ich habe so manchmal den Eindruck bei jüngeren Leuten, ob es jetzt Teenager sind oder junge Erwachsene, heutzutage im Jahr 2021 und auch in den letzten Jahren, dass da, und das wird mir auch von anderen Leuten so ein bisschen widergespiegelt und bestätigt indirekt, dass dieses Statussymbol Autofahren oder jetzt endlich unabhängiger sein, zwar natürlich immer noch da ist und auch bei vielen ein wichtiger Faktor ist und sehr beliebt ist, aber manchmal habe ich den Eindruck, dass so dieses, puh, und ich muss die geilste Karre fahren, dass das generell eh ein bisschen abnimmt oder abgenommen hat in den letzten Jahren. Vielleicht ist das nur meine Wahrnehmung. Man könnte vielleicht sagen, das geht so ein bisschen einher mit einem wesentlich bewussteren Klimaproblemverständnis, also dass man sich mehr bewusst wird, auch die jüngeren Leute, da sind es ja wieder die jungen Leute, die jüngere Generation, dass es vielleicht sinnvoll wäre, auf das Klima ein bisschen mehr Rücksicht zu nehmen hinsichtlich der Generationen, die nach uns kommen und unserer eigenen Zukunft bilden. Also, dass wir halt auch ein gutes Leben haben, auch in Zukunft und uns den Planeten nicht komplett versauen. Mehr oder weniger hausgemacht. Ich weiß es nicht. Ist nur eine Mutmaßung von mir, so eine Beobachtung, die kann auch total falsch sein. Vielleicht, und das ist auch ein interessanter Aspekt, vielleicht ist das auch eine relativ deutsche Perspektive. Das kann ich jetzt natürlich nicht wirklich einschätzen. Also, vielleicht ist das in den USA oder in Australien. Liebe Grüße übrigens nach Australien, die habe ich nämlich beim letzten Mal erwähnt, vergessen zu erwähnen, als ich die anderen Regionen der Erde, die diesen Podcast hören, mal gegrüßt habe. Entschuldigung, liebe Australier, ich wollte euch nicht vergessen. Und natürlich Alaska und so. Ich grüße sie, wie gesagt, alle nochmal, auch gerne das gesamte Universum. Ja, also, aber vielleicht ist das nur so eine rein deutsche Perspektive oder vielleicht auch so mitteleuropäisch, so dieser aktuell sehr starke Umweltgedanke, dieses starke Umweltbewusstsein, was eventuell auch damit einhergeht, dass laute, spritfressende Autos nicht mehr so diesen hohen Stellenwert haben zumindest, wie es bisher häufig der Fall war, auch bei jüngeren Leuten. So als Ziel, boah, irgendwann möchte ich mal so ein Auto fahren oder sowas. Also, ich weiß nicht, ob ihr mir folgen könnt, aber vielleicht lege ich auch komplett falsch. Wie gesagt, ich erhebe auf nichts, was ich hier sage, irgendwie den Anspruch von 100%iger, ausnahmsloser Richtigkeit. Ich kann einfach nur meine Gedanken schildern und meine Eindrücke und die müssen natürlich nicht das Nonplusultra sein oder vielleicht sich auch nicht mit euren decken. Ja, auch das kann ja sein. Jeder kann ja eine andere Meinung haben. Das ist ja das Schöne. Aber ich bin, ja, wie gesagt, dadurch vorhin zu diesem Podcast-Thema gekommen, weil ich mir da so dachte und dann teilweise, wenn die dann extra nochmal aufs Gas nochmal mehr treten, dann schüsselt das so richtig. Also, dieses schüsselnde Geräusch, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich kann es schwer beschreiben, aber wo ich mir dann immer denke, boah, jetzt noch irgendwie drei Meter weiter und der ganze Auspuff fällt ab. Ich finde das nicht schön. Ich, sorry, ich mag das, ich mag eigentlich tiefe Geräusche sehr gerne. Auch, ich sage jetzt mal, ein ganz anderer Kosmos, eine ganz andere Situation, wenn Katzen schnurren zum Beispiel, mag ich total das Geräusch, ne? Oder, weiß ich nicht, so Wahlgesänge oder, keine Ahnung, ne? Irgendwas, was auch beruhigt vielleicht. Tiefe Stimmen mag ich auch ganz gerne, so Till Lindemann natürlich. Oder andere Sänger, die eine tiefe Stimme haben und sowas. Alles gut. George Ezra finde ich zum Beispiel auch ziemlich cool. Der halt durch seine dunkle Stimme ein bisschen älter klingt, als er eigentlich ist. Er ist, glaube ich, nämlich irgendwie Anfang, Mitte 20 auch. Aber er klingt halt irgendwie durch diese Stimme, die sehr reif klingt, durch diese dunkle Stimmfärbung wie, keine Ahnung, Mitte 30, Ende 30 vielleicht oder so. Wenn man das überhaupt sagen kann. Also, das ist nicht der Punkt, dass ich keine lauten oder auch dunklen Geräusche mag. Aber, weiß ich nicht, das mit den Autos, das, da werde ich nie ein Freund von sein. Und, ja, ich sehe da einfach, weiß ich nicht, ich sehe da für mich persönlich keinen Sinn drin. Weil ich, wenn ich die, wenn ich eine Entscheidung treffen muss, ich möchte lieber laute Musik hören und trotzdem natürlich noch Krankenwagen und sowas hören können natürlich. Aber, oder möchte ich ein laut rührendes Auto fahren, dann wähle ich auf jeden Fall die Musik. Ganz klare Sache, da brauche ich auch keine Sekunde überlegen. Sorry und nee. Also, sorry not sorry. Aber ist doch auch schön, weil dann nehme ich doch zum Beispiel Leuten, die diese lauten Autos fahren wollen, nehme ich doch zum Beispiel kein Auto weg. Also, ich bin so nett. Hammer. Das war das erste Thema. Und dann fiel mir direkt das zweite ein, dass ich auch schon seit, boah, ich weiß gar nicht, seit der Schulzeit oder so oder seit der Jugend auf jeden Fall bewusst als etwas immer wahrgenommen habe. Und auch bis heute wahrnehme, was total normal ist für Männer, aber womit ich überhaupt nichts anfangen kann, was mir auch irgendwie unangenehm ist. Und jetzt, das ist jetzt ein komplett anderer Bereich, aber es ist so, ich mag keine Pissoirs. Oder so Urinale im Sinne von öffentlichen, also es gibt es ja zum Beispiel, auf Festivals gibt es ja manchmal diese länglichen Reihen von, Outdoor-Urinalen, sag ich mal, wo man dann nebeneinander stehen kann und man pinkelt in so eine Rinne rein. Man uriniert in eine Rinne, nebeneinander stehend und weiß ich nicht, das war noch nie meins. Also ich hab immer, auch wenn ich nur das kleine Geschäft verrichten muss, also wenn ich nur urinieren muss, pinkeln, pissen, wie auch immer man es ausdrücken will. Und ich habe, ich komme in ein Badezimmer, also in ein WC, ein öffentliches zum Beispiel, wo ich eine Reihe von Pissoirs hab und ich hab Kabinen, wo man sich reinsetzen kann und wo man abschließen kann. Ich gehe immer in die Kabine rein, selbst wenn ich nicht groß in Anführungszeichen muss, weil ich mag das nicht, an so einem Pissoir zu stehen. Also ich glaube, da sind so ein paar Faktoren. Das hat gar nichts damit zu tun, das möchte ich gleich betonen, nicht, dass da jetzt irgendwelche Gerüchte aufkommen, dass ich irgendwelche Minderwertigkeitskomplexe hätte bezüglich, wie soll ich das jetzt euphemistisch ausdrücken, bezüglich meiner Bestückung, meiner genitalen Bestückung, ja, also da kann ich mich, also wie soll ich jetzt sagen, das hat damit nichts zu tun, da will ich mich jetzt nicht beklagen, ne, sagen wir es mal so. Aber das hat eher, glaube ich, was damit zu tun, dass ich, dass, also das, was man da macht auf dem WC, als was sehr Privates empfinde. Also da wird mir einfach, wenn ich jetzt an einem Pissoir stehe und dann, ne, ich bin da am Pinkeln und dann kommt jemand rein, stellt sich direkt neben mich, obwohl noch andere frei wären zum Beispiel, pinkelt dann da und quatscht mich dann sogar auch noch an über irgendwelche belanglosen Sachen, oh, schönes Wetter heute, ne, oder so, da hab ich keinen Bock drauf. Erstens, da hab ich überhaupt keinen Nerv drauf, ich hab keinen Bock, mich beim Pinkeln mit irgendwelchen Leuten über Sachen zu unterhalten. Ne, brauch ich nicht. Äh, sorry. Auch teilweise, weil man dann schwer aus der Situation zeitlich wieder herauskommt, wenn die andere Person noch weitererzählen will und man ist selber eigentlich schon fertig und steht dann da. Ja, nee, möchte ich nicht, ist mir unangenehm. Und das andere ist halt, wie gesagt, auch so dieser Aspekt der Privatsphäre. Also, das ist total merkwürdig, aber wenn ich hier bei mir, ich wohne ja alleine in der Wohnung, ich mach halt immer, auch wenn ich alleine hier in der Wohnung bin und keine Gäste habe oder so, kein Besuch und ich geh auf Toilette, ich mach immer die Tür zu. Also nicht, ich schließe sie nicht ab oder so, aber ich mach die Tür zu. Damit ich halt in diesem Badezimmer halt bin, in diesem privaten Bereich im Prinzip. Ich will das jetzt nicht überanalysieren und vielleicht hat das damit auch nichts zu tun, ich mach das einfach reflexartig. Aber auch abends zum Beispiel, wenn ich schlafen gehe, ich wohne ja, wie gesagt, alleine, musste auf keinen Rücksicht nehmen, das ist auch ganz schön eigentlich, gefällt mir meistens ganz gut. Und auch da schließe ich die Tür meines Schlafzimmers, wenn ich schlafen gehe. Ich schlafe nicht mit offener Tür. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich im Dunkeln irgendwie Angst hätte oder sowas, aber ich weiß nicht, das ist einfach so ein Gefühl der Privatsphäre und der Geborgenheit, der Sicherheit. Ich will das jetzt nicht überhöhen oder allzu sehr analysieren, das kann ich auch im Zweifel gar nicht, weil manchmal weiß man ja gar nicht, warum man so tickt, wie man tickt. Und manchmal denke ich mir, es wäre schön zu wissen, warum man so tickt, wie man tickt und andererseits denke ich mir dann wieder, vielleicht ist es auch schön oder das Spannende am Leben, dass man das nicht weiß und vielleicht auch manchmal nie erfahren wird. Jedenfalls Pissoirs oder Bidets zum Beispiel, ich habe noch nie, also wir hatten nie eine Wohnung, wo ein Bidet drin war, aber ich kenne Leute, also Bekannte und Freunde, die haben ein Bidet in der Wohnung und wenn ich dann da schon mal zu Besuch war oder auch übernachtet habe, ich hätte es natürlich theoretisch gesehen nutzen können. Aber ich weiß nicht, nee, also nee, so Pissoirs und Bidets, also die beiden, da werde ich nicht warm mit, das wird auch glaube ich in diesem Leben nichts mehr. Also ich weiß nicht, für Frauen ist es wahrscheinlich schwer nachzuvollziehen, was ich gerade sage, aber weil das ist schon so ein Männerding, ne? Aber ich weiß nicht, dieses Pissoir-Ding und dann auch teilweise, auch wenn man auf Partys ist, das hatten wir deswegen auch damals der Hinweis auf, seit der Schulzeit, was ich vorhin meinte oder so, wenn man dann auf Stufenfeiern ist und so und dann ist man halt wirklich angetrunken gewesen und dann steht man so am Pissoir nebeneinander, dann, ach ich weiß es nicht. Und dann manche, die zielen dann nicht richtig und dann ist das so ranzig davor, dann hast du irgendwie dann Urin überall auf dem Boden, weil die Leute halt zu besoffen sind, um richtig zu treffen und ne, also sowas alles. Und nee, das kannst du natürlich auch in WC-Kabinen haben, ja, aber weiß ich nicht, ich, nee, einfach nee, einfach, einfach nein, definitiv nein. Es ist nicht meins. Und auch da, ne, das Schöne daran ist ja auch, ist doch geil für Leute, die Pissoirs lieben und gerne daran schlafen würden, keine Ahnung, weil die sie so geil finden, aus welchen Gründen auch immer, so praktisch, ach, das geht so schnell, da muss ich nicht erst in die Kabine gehen und die Tür zumachen, mich auf das WC setzen und so und dann dauert das nicht so lange. Ja, schön, dann mach, dann geh doch halt am Pissoir pissen. Ist mir doch egal, aber ich mach das nicht. Das ist so, nein. Und ich nehm dann da auch keinen Platz, ich nehm keinem einen Platz am Pissoir weg, wenn irgendwie viel los ist. Ist doch, ist doch toll. Ist doch geil. Ja, also, macht ihr ruhig mal. Ich werde euch nicht aufhalten. Leben und leben lassen. Aber das möchte ich dann für mich halt dann auch irgendwie geltend haben, ne, also, das ist halt immer so die Sache. Ähm, ich meine, das, was ich gerade eben erwähnt habe mit diesem, ähm, in die Kabine gehen und sich dann auch zum Pinkeln hinsetzen, das ist für mich auch was Selbstverständliches. Das ist auch so eine Sache, die hatte ich jetzt gar nicht aufgeschrieben, aber die geht so ein bisschen damit einher. Ich mag es absolut nicht, wenn Leute im Stehen pinkeln, weil in vielen Fällen treffen die halt nicht immer alles, so wie es sein soll. Und machen es dann teilweise auch einfach nicht weg, weil sie sich zu fein sind oder keine Ahnung, was sie für ein Problem haben. Sich einzugestehen, dass sie nicht gut genug zielen können. Und ich weiß nicht, ich bin ein Sitzpinkler, war ich immer schon. Und, ne, Sachen, die ihr nie wissen wolltet über mich, die ihr jetzt aber wisst, willkommen beim The German Podcast. Aber das geht halt damit auch so ein bisschen einher. Also so dieses, oh, ich bin ein echter Mann, ich pinkel im Stehen. Ne, du bist einfach nur strunzdoof, wenn du dich cool findest, weil du im Stehen pinkelst. Wenn das dein Ego schon stärkt, dann tut es mir echt leid, erstens. Und zweitens, wenn du das schon machst, dann ziel doch bitte richtig. Und dann irgendwie, weißt du, auch gerade auf öffentlichen Toiletten, die vielleicht nicht nur von dir benutzt werden. Du kannst ja in deiner eigenen Wohnung gerne machen, was du willst. Da kannst du auch gerne dich unter die Decke hängen und dann pinkeln, das ist mir sowas von egal. Aber sobald du irgendwie Gäste erwartest oder auf öffentlichen Toiletten urinierst, die dir nicht gehören und die du nicht alleine nutzt und die du auch 100% nicht sauber machst selber, dann, Junge, dann benimm dich doch einfach. Also, was soll denn der Blödsinn? Weiß ich nicht, das sind immer so Sachen, die triggern mich so ein bisschen, wie man vielleicht merkt, aber ich glaube auch, ehrlich gesagt, das nehme ich mir jetzt mal einfach als Wertung heraus, berechtigterweise. Ja, das ist so, diese typische Macho-Attitüde ist mir auch komplett fremd, die auch damit so ein bisschen einhergeht. Auch das habe ich mir nicht aufgeschrieben, aber das gehört halt auch ein bisschen dazu. Dieses, boah, ich bin ein echter Mann, ich pinkel im Stehen, ich bin ein echter Mann, ich weine nie, ich zeige keine Emotionen. Diese auch veralteten Rollenbilder teilweise, das finde ich so minderbemittelt, wenn Leute sich darauf einen runterholen oder wenn Leute sich selber abfeiern, weil sie so machomäßig sind. Das ist so mit das minderbemittelste, was ich mir überhaupt vorstellen kann. Es tut mir auch nicht leid, das zu sagen. Weiß ich nicht. Und umso interessanter, aber das wird auch ewig immer so zum Teil zumindest ein Geheimnis bleiben, das sind dann auch häufig Leute, habe ich so den Eindruck, wo manche Typen von Frauen auch total draufstehen. So, ich brauche aber einen Macho oder ich brauche einen Macker und ich, ne, ich brauche einen echten Mann und nicht so ein Weichei und so eine Sachen, wo ich mir dann immer so denke, Mädel, hast du irgendwie Lack gesoffen oder was ist irgendwie, bist du mal vom Wickeltisch gefallen? Warum? Damit du irgendwie vor anderen Frauen angeben kannst und mein Mann ist ein richtiger Mann oder warum? Also, ich will mich jetzt da nicht weiter reinreden. Ich könnte da noch stundenlang drüber abbranden, aber ihr wisst, was ich meine und da stehe ich auch komplett zu. Also, weiß ich nicht. Das sind so Sachen, die ich einfach in meinen fast 30 Jahren auf dieser Erde bisher nie verstanden habe, nie zumindest komplett verstanden habe. Ich habe ein paar Theorien, warum manche Leute so drauf sind. Wie gesagt, ich glaube, und das wiederhole ich auch gerne nochmal, dass viele Machos und Macker und sowas, das nach außen sind oder zu sein vorgeben, es innerlich aber nicht sind. Sondern die wollen nach außen den Harten machen, weil sie vielleicht früher irgendwie gehänselt und gemobbt wurden von anderen Leuten und jetzt als Erwachsene dann aber so richtig den Harten markieren müssen, damit das nicht nochmal passiert oder weil sie irgendwas kompensieren müssen oder so. Und bei manchen könnte ich mir tatsächlich einfach auch vorstellen, dass das deren Charakter ist. Das natürlich auch, aber so oder so finde ich es halt total ätzend. Und weiß ich nicht. Ich könnte auch nie mit so einer Person befreundet sein, die so ultra-mackermäßig drauf ist und hoho. Oder auch so, das kenne ich von manchen, das ist jetzt nochmal ein anderes Thema, aber das reiße ich nochmal kurz an. Das kenne ich von einer guten Freundin von mir aus ihrem Familienkreis. Und da gibt es dann auch so Leute, die dann sagen, weil sie studiert hat, die dann selber aber, ich sag mal, was Handwerkliches gemacht haben zum Beispiel, die dann gegen sie sind oder dumme Sprüche reißen, weil sie studiert hat und das ja kein richtiger Job ist in dem Sinne. Oder, ja, aber was würdet ihr alle ohne Handwerker machen und wenn wir mal aufhören würden, dann wärt ihr voll am Arsch, weil ihr gar nichts mehr gebacken kriegen würdet und solche Sachen halt. So schön verallgemeinernd und immer schön drauf und wir sind ja die Allergeilsten. Handwerker sind für mich persönlich absolut gleichberechtigt mit anderen Berufsgruppen. Ich mach da überhaupt keine Unterscheidung. Natürlich gibt es im praktischen Leben Aspekte, also ich sag mal jetzt die Bezahlung, die Entlohnung und andere Umstände, die natürlich unterschiedlich sind. Das hängt aber auch einfach mit dem Qualifikationslevel zusammen und wie das System aktuell aufgebaut ist. Und nur weil das System so ist, heißt es nicht, dass ich persönlich das gut heiße. Wie gesagt, für mich, ich mach da keinen Unterschied, ob jemand Handwerker ist oder hochstudierter Professor. Mir geht es um die Person und den Charakter der Person, wie die drauf ist. Und alles andere ist, wenn nicht unwichtig, aber zumindest absolut zweitrangig für mich persönlich. Und das sollte es meiner Meinung nach auch sein. Und das möchte ich jetzt nicht als etwas verstanden wissen nach dem Motto, so wie ich denke, das ist der einzige richtige Weg und so sollen alle denken. Aber ich finde es einfach aus Fairnessgründen wichtig, dass man verschiedene Lebenswege und verschiedene Lebensentscheidungen auch einfach akzeptiert und als gleichwertig ansieht. Vorausgesetzt natürlich, man ist kein Killer oder irgendwie man bringt keine Leute und man fügt anderen Leuten keinen Schaden zu. Das ist natürlich alles vorausgesetzt, aber ich sag mal normale Berufe oder sowas. Da gibt es so viele von geisteswissenschaftlichen Berufen oder geistigen Berufen, wo man eher denken muss, oder körperlichen Berufen, Handwerker. Und das muss man doch nicht gegeneinander ausspielen. Und da denke ich mir halt dann auch so, dieses oberlehrerhafte Macho-Gehabe teilweise oder dieses angeberhafte Gehabe von manchen Leuten, die jetzt, und damit möchte ich auch keine Berufsgruppe diskriminieren, aber die aus der, weiß ich nicht, Handwerkerbranche teilweise kommen und irgendwelche dummen Sprüche ablassen, gegenüber Studierenden und andererseits natürlich aber auch studierte Akademiker, die dumme Sprüche gegen Handwerker zum Beispiel machen. Also das gibt es ja von beiden Seiten. Das muss doch nicht sein, Leute. Warum? Lasst es doch einfach sein. Macht euch das Leben selber doch nicht so schwer. Das ist doch so, die Probleme von manchen Leuten, die hätte ich auch manchmal gerne. Ich drücke es mal so aus und damit meine ich nicht echte Probleme gesundheitlicher Art und auch psychischer Gesundheit her. Also Leute mit Depressionen und sowas, das natürlich nicht. Aber solche vermeintlichen Probleme von wegen der Akademiker hetzt gegen Handwerker und Tischler und Maurer und wie sie nicht alle heißen, weil die sind ja nur Handwerker und das ist so ein Bullshit alles. Ach, nee. So, da bin ich jetzt ein bisschen vom Thema abgekommen, obwohl das auch so ein bisschen, wie gesagt, zu dieser angeberischen, macho-haften Attitüde zählt, mit der ich auch nie persönlich was anfangen konnte und auch nie was anfangen kann, die mir einfach komplett gestohlen bleiben kann. Die Leute können gerne auf den Mond fliegen und da bleiben, da habe ich überhaupt kein Problem mit. Ich brauche die in meinem Leben nicht. Sorry, not sorry. Ich glaube, eine Phrase, die in dieser Episode etwas häufiger fällt, sorry, not sorry, aber es ist so. So, nächstes Thema. Ich gucke gerade mal hier. Ach ja, auch das habe ich, glaube ich, an anderer Stelle schon mal kurz angerissen. Ich bin kein Freund des Schwimmens und des Tauchens. Ich kann theoretisch gesehen und auch eigentlich praktisch gesehen schwimmen. Ich habe es als Kind im Schwimmunterricht gelernt, aber nicht in der Schule, sondern ich glaube, das war sogar, da war ich noch Kindergartenkind. Da hatten wir so einen Schwimmkurs hier tatsächlich in dem Krankenhaus auch, wo ich aktuell mittlerweile Jahre später gegenüber wohne und ich weiß noch, dass ich da immer keinen Bock zu hatte. Meine Mutter hat mich da immer dahin gebracht und ja, ich habe es dann gelernt, aber ich habe es nie gerne gemacht. Und ich, es ist jetzt, ich würde mich auch nicht wirklich zu 100 Prozent als Schwimmer bezeichnen, also als jemand, der schwimmen kann, im Sinne von, ich kann über eine längere Distanz am Stück schwimmen oder auch in dem Sinne, dass ich da Spaß dran hätte, weil ich habe da nie Spaß dran gehabt. Nie. Ich mag es sehr. Ich war mit meinem Vater und meinem Bruder damals auch häufiger als Kind oder als junger Teenager im Hallenbad. Aber ich habe da nie geschwommen, sondern ich war halt dann immer im Nichtschwimmerbecken und wir haben dann da teilweise irgendwie einfach auch ein bisschen gespielt oder irgendwie uns so Bälle zugeworfen, so ein bisschen Wasserball im Prinzip mehr oder weniger gespielt und so, wenn es der Platz hergegeben hat. Oder wir haben da einfach so ein bisschen im Wasserbecken gechillt und uns aufgehalten und ich mag auch so Jacuzzis oder was oder weiß ich nicht, so Whirlpools, wenn man da einfach drin liegen kann und so. Das mag ich total oder auch Baden zum Beispiel, duschen. Also ich habe nichts gegen Wasser per se. Nicht, dass man das falsch verstehen könnte. Ich mag das total. Auch das Gefühl von Wasser auf der Haut und dass es über die Haut fließt und so. Mag ich total. Aber beim Schwimmen kommt glaube ich eine Komponente dazu, wenn ich mir das jetzt versuchen müsste, rational zu erklären, die auch bei einem anderen Phänomen bei mir auch zum Tragen kommt. Und zwar ist es dieses keinen sicheren Halt unter den Füßen haben und sich nicht irgendwo von abstoßen können, zum Beispiel von einem Beckenrand oder von einem Boden oder Kontakt damit zu haben, dass man halt einen sicheren Stand hat. Ich glaube, das ist beim Schwimmen tatsächlich so ein Faktor und auch bei Höhenangst. Höhenangst vor allem zum Beispiel im Sinne von, ich könnte nie auf eine hohe Leiter klettern. Ich hatte damals in der Ausbildung, das war glaube ich Folge 12 des Podcasts, wo ich so ein bisschen über meine Ausbildung zum Kaufmann im E-Commerce gesprochen habe. Da habe ich die Ausbildung in einem Großhandel gemacht und wir hatten ein großes Lager direkt nebendran und teilweise halt, wie gesagt, diese hohen, diese Hochregallager quasi, also ein Hochregallager mit hohen Regalen, deswegen Hochregallager, ja. Mit so hohen Leitern, die man ausklappen konnte und da konnte man ganz nach oben, wenn man da irgendwie einen Karton runterholen musste oder irgendwelche anderen Waren. Ich hätte mich nie und ich habe mich nie, ich werde mich nie auf so eine Lauter, ein Lauter, auf eine Leiter hinauftrauen. Und da kann die noch so sicher stehen und unten auch von Leuten gesichert werden? Nein, einfach nein. Wenn dann andere Leute Spaß daran haben, das einfach problemlos machen, umso besser, ich muss das nicht machen und ich mache es auch nicht. Sorry. Und ich bin auch nie von der Leiter runtergefallen, wo ich mich zumindest dran erinnern könnte, dass ich da ein Problem mit hatte, aber ich weiß nicht, woher das kommt, eindeutig. Aber ich habe mit Höhe nie so gute Erfahrungen irgendwie, ja, oder wie gesagt, ich kann mich gar nicht an Erfahrungen sammeln, die jetzt irgendwie schlecht, oder an Erfahrungen erinnern, die jetzt schlecht gewesen wären, dass ich irgendwo mal runtergefallen wäre oder kurz davor war, irgendwo runterzufallen von großer Höhe oder sowas oder nur ein paar Meter vielleicht. Ich mochte es einfach nie. Und da ist auch, glaube ich, so wieder dieser Aspekt des sicheren Standes, des sicheren Haltes. Und selbst wenn die Leiter halt eine neue ist und diese Leitersprossen da sind, aber dadurch, dass sie so schmal sind, glaube ich, da ist der Aspekt dabei, ich mag es einfach nicht. So, und beim Schwimmen halt auch nicht. Ich mag es nicht, keinen festen Halt zu haben. Beim, da könnte man vielleicht auch noch sagen, okay, wenn es jetzt sich um das Meer handelt, ich hätte halt auch keinen, da bedingt eins das andere so ein bisschen. Dadurch, dass ich halt kein geübter Schwimmer bin, überhaupt nicht, genau das Gegenteil davon, hätte ich auch überhaupt keine Ausdauer und könnte auch nicht lange hinausschwimmen ins Meer. Und dementsprechend auch nicht wieder wahrscheinlich ich zurück, vielleicht könnte ich das und ich traue es mir einfach nur nicht zu, ich weiß es halt nicht. Ich will es aber auch nicht ausprobieren, weil das ist halt auch so eine Sache, ich würde nie weiter ins Meer hinausschwimmen oder weiß ich nicht, außer irgendwie drei, vier Meter von der Küste her oder was. Oder fünf, sechs vielleicht. Oder rausgehen, solange wie ich halt noch Halt unter den Füßen habe und mich sicher fühle. Würde ich halt nie machen. Deswegen, und auch natürlich, was ich vorhin meinte, das Tauchen zählt halt auch dazu, das überrascht jetzt nicht, wenn man kein Schwimmer ist oder nicht gerne schwimmt, dann taucht man auch nicht gerne. Wobei, ich tatsächlich schon mal von Leuten gehört habe, die überhaupt nicht gerne schwimmen, aber super gerne tauchen. Also das geht's wohl schon oder halt auch andersrum. Aber ich kann mit beiden halt einfach nichts anfangen, das ist einfach nicht meine Welt. Und dann, das ist natürlich ein berechtigtes Argument von anderen Leuten, die dann sagen, ja, aber wenn du dann mal irgendwie in einer Situation bist, weiß ich nicht, und du musst dann schwimmen, um dein Leben zu retten, dann kannst du es nicht so wirklich. Also ich könnte es, wie gesagt, ich kann es ja, ich weiß ja, wie es funktioniert. Vielleicht könnte ich es in der Situation dann auch, weil ich halt einfach in Lebenspanik bin oder ich habe Angst davor, das Leben zu verlieren und kann mich dann schwimmend irgendwie ans Ufer retten oder so. Aber ich versuche halt, diese Situation einfach nicht geschehen zu lassen, also das zu vermeiden. Ich würde halt nie, wie gesagt, weit ins Meer hinausgehen. Ich würde halt nie in ein Schwimmerbecken im Hallenbad gehen und dann so dieser tiefe Bereich zum Beispiel, ach, das sind auch so Horrorvorstellungen, ne? Auch als Kind schon, wenn ich dann teilweise so im Hallenbad diese Schwimmerbecken gesehen habe, die dann ja meistens flach anfangen und dann irgendwann tief gehen, bis vier Meter tief oder was glaube ich, ne? Plus Minus ist ja so der Standard, kenne mich da jetzt nicht so aus, ne? Ausgegebenen Gründen, hab mich da nie so krass mit beschäftigt, aber ich glaube so vier Meter können die schon tief sein. Und bei diesem, ähm, geklortem Hallenbadwasser, wo man ja meistens auch echt gut durchsehen kann, ne? Weil das ja sauber ist und so und alles gereinigt und gefiltert ist, gewirrt, auch ständig gewirrt. Wo man dann von oben schon auf diesen Beckenboden gucken kann und man sieht halt einfach, wie tief das ist. Und dann auch noch Leute, die von oben dann auch von so einem Zehn-Meter-Brett irgendwie runterspringen. Boah, nee, nee. Es ist absolut nicht meins. Also auch so von so einem Brettspringen und sowas natürlich dann entsprechend überhaupt nicht meins. Und das brauche ich nicht. Da kommt noch ein Punkt dazu. Den habe ich auch aufgeschrieben. Und das ist ein bisschen allgemeiner, aber zählt halt auch dazu. Und das verbindet das so ein bisschen. Ich bin, war nie wirklich ein Wettkampftyp. Ich persönlich habe keinen Spaß daran erstens und sehe auch keinen großen Sinn darin zweitens, sich mit anderen in Sportarten oder irgendwo drin zu messen und zu vergleichen. Und wer ist der Bessere und wer ist der Schnellere und wer ist der Stärkere. Und ich verstehe auch da den Appeal. Also ich verstehe, warum Leute das mögen. Auch gerade im sportlichen Bereich natürlich. Also wenn es um Athleten geht und sportliche Wettkämpfe. Ich verstehe, warum Leute das mögen, weil das irgendwie ein Nervenkitzel ist. Und man fühlt sich halt dann gut, wenn man gewinnt und so. Rein psychologisch verstehe ich die Mechanismen. Absolut. Das ist überhaupt nicht der Punkt. Bei all den Sachen verstehe ich die Mechanismen. Auch, wie gesagt, um kurz nochmal darauf zurückzukommen. Pissoirs, das geht halt schnell. Ich stelle mich eben an, pinkel und fertig. Oder halt, weiß ich nicht, diese schnelle Autos fahren und die dann auch laut sind. Das ist halt einfach ein geiles Gefühl. Das gibt Adrenalin. So einen Adrenalinkick auf der Autobahn oder wie. Ich verstehe, warum Leute das mögen. Schwimmen ist so ein Gefühl von Freiheit. Es tut den Gelenken gut. Es ist angenehm für den Körper. Verstehe ich alles. Das ist überhaupt nicht der Punkt. Aber dieses Wettbewerbsdenken war mir nie zu eigen. Also ich, weder im musikalischen Sinne. Wer kann besser Gitarre spielen oder keine Ahnung. Wer kann schneller Schlagzeug spielen? Oder vor allem auch nicht im sportlichen Bereich. Wer ist bei den Bundesjugendspielen der Schnellere? Wer kann die 100 Meter schneller laufen? Das ist mir doch scheißegal. Ich muss, warum, was bringt es mir? Und das ist jetzt vielleicht, das könnte man mir jetzt als was Egoistisches auslegen. Vielleicht ist es das auf eine gewisse Art auch. Diese Sichtweise zumindest. Obwohl ich persönlich vom Charakter her, ich glaube, weit davon entfernt bin, ultra egoistisch zu sein. Es gibt einen gesunden Egoismus, finde ich. Im Sinne von, ich mache zum Beispiel auf YouTube oder hier bei dem Podcast nur Episoden zu Themen, die mich auch interessieren, wo ich auch hinterstehen kann. Und selbst wenn mir jemand viel Geld anbieten würde, über ein Thema zu sprechen, mit dem, was mich überhaupt nicht interessiert. Weiß ich nicht, so Schwimmtechniken zum Beispiel. Weiß ich nicht. Je nachdem, was das für eine Summe ist, würde ich es vielleicht machen. Okay, aber nein. Nein, aber da bin ich dann auch, habe ich einen gesunden Egoismus im Sinne, dass ich weiß, wie ich ticke und dass ich auch weiß, was ich machen will und was ich halt nicht machen will und auch nicht machen muss. Aber dieses sportliche Wettkampfgetur, auch da, ich möchte das, damit mir das, das möchte ich auch mal kurz sagen, also auch was Autos angeht und solche Sachen, gut, da könnte man vielleicht auch noch argumentieren, dieser Sicherheitsaspekt, dass viele Leute dann auch einfach unvorsichtig fahren und auch gefährlich fahren, das kommt natürlich noch dazu teilweise. Aber beim Schwimmen zum Beispiel oder auch beim, bei sportlichen Wettbewerben, ich möchte, dass Leuten ja überhaupt nicht madig reden. Wenn Leute daran Spaß haben und die, wenn Leute, wenn das jemanden erfüllt und das einfach die Leidenschaft ist, ja dann mach das doch, ist doch super. Ich bin der letzte Mensch der Welt, der dir das ausreden will und auch kann, weil, warum soll ich das tun? Ja, da komme ich wieder zu dem Punkt Leben und Leben lassen. Lasst mir dann halt aber auch bitte meine Meinung, dass ich sage, das juckt mich halt nicht, das interessiert mich nicht und das packt mich nicht. Und da muss dann auch keiner kommen von wegen, ja, aber versuch doch mal schneller zu laufen, als der beim 100 Meter Lauf. Ja, warum denn? Mir macht es erstens keinen Spaß, zweitens sehe ich da keinen Sinn da drin, für mich persönlich, warum? Außer, dass ich hinterher sagen kann, boah, ich habe ihn um 0,5 Sekunden überholt und war ganz dezent schneller als er. Ja, geil. Darauf kann ich mir jetzt einen, ne, also runterholen. Ich drücke es jetzt, ich sage es jetzt einfach mal so, ne. Ich kann damit mein Ego aufpolieren. Nein, brauche ich nicht. Zumal mit dem Erwachsenwerden und je älter ich werde, desto mehr merke ich halt auch, dass ich gutes Maß an Selbstbewusstsein habe, seit mehreren Jahren zum Glück. Das war nicht immer so. Habe ich auch so ein bisschen angerissen im Schulpodcast. Aber weiß ich nicht. Das ist halt auch so ein allgemeiner Aspekt. Ich merke das bei mir. Ich werde jetzt, wie gesagt, in knapp einem Monat 30 zum Zeitpunkt der Podcastaufnahme. Also ich habe am 13.07. Geburtstag. Und je älter ich werde, auch durch meine 20er hindurch, habe ich halt immer mehr auch bei mir selber gemerkt, wenn ich das mal so ein bisschen reflektiere. Mir sind manche Sachen einfach nicht mehr so wichtig, wie sie mir als Teenager waren. Und dazu zählt halt auch so dieses anderen etwas gewisses, in Anführungszeichen, wert sein. Und bei anderen irgendwie Respekt zu bekommen, dadurch, dass man dazugehört, im Sinne von, dass man auch genauso sportlich ist wie andere oder dass man genauso gut Musik spielen kann, irgendwelche Instrumente, dass man genauso gut in Mathe ist oder dass man irgendwie dazugehören will. Ich habe kein Problem damit, mit anderen, also zu einer Gruppe zu zählen, zu Leuten, die etwas gerne machen oder auch gut können. Ich würde mich zum Beispiel, also ich umgebe mich persönlich sehr gerne mit kreativen Leuten, weil ich selber halt auch kreativ bin und kreativ arbeite natürlich, sowohl auf YouTube als auch in meinem anderen Job als Social Media Manager. Aber ich brauche das nicht für mein Ego, dass ich sagen kann, ich bin mir selbst was wert. Oder ich bin anderen was wert vermeintlich. Was, glaube ich, manchmal auch so ein bisschen eine verschobene Perspektive ist. Weil ich glaube, manchmal glaubt man selbst, man muss irgendwie gewisse Sachen machen oder man muss irgendwie sein, um anderen was wert zu sein oder um Freunde zu finden oder um anderen zu gefallen. Und meiner Meinung nach ist das in den allermeisten Fällen absoluter Blödsinn, den man sich irgendwie selber eingeredet hat. Natürlich nicht böswillig oder weil man sich selber irgendwie was böse, sondern weil man sich selber halt das einredet, weil man denkt, ach, die Gesellschaft erwartet das von mir oder Leute erwarten das von mir. Ich muss so und so, so, so und so sein, damit ich dazugehöre. Gerade bei Jugendlichen ist das natürlich in der Pubertät so eine Sache. Oder auch bei Kindern natürlich. Gruppenzwang. Und diese ganzen Aspekte spielen da eine Rolle. Also auch psychologisch sehr interessant. Aber ich brauche das nicht. Und ich brauche das auch nicht mehr. Ich habe es noch nie wirklich gebraucht. Wie gesagt, ich habe immer eine Teilnehmerurkunde, eine Teilnahmeurkunde bei den Bundesjugendspielen gehabt. Also auch da muss ich vielleicht kurz erwähnen, für Leute aus dem Ausland, die diesen Podcast hören, die nicht aus Deutschland sind, in Deutschland sind die Bundesjugendspiele jährliche sportliche Wettbewerbe in der weiterführenden Schule, wo man meistens drei Disziplinen machen muss. Ich glaube, das eine ist ein 100-Meter-Lauf. Das andere ist Weitsprung. Der Weitsprung. Und das dritte ist, glaube ich, Kugelstoßen oder so. Ich glaube, das sind so die drei Disziplinen, die damals bei mir zumindest immer abgefragt wurden, die man machen musste. Ja. Ich verstehe, wie gesagt, auch da, auch wenn es um Mannschaftssport geht, ich verstehe absolut, ich habe mal in einem Badminton-Verein gespielt. Aber das war halt so ein Hobbyverein, wo es nicht um Turniere ging. Das war da mir zum Beispiel auch sehr wichtig. Ich hätte keine Lust gehabt, in einem Badminton-Verein zu spielen, wo es um Wettkampf, Wettkampf, Wettkampf geht und hier zum Wettkampf fahren und da zum Wettkampf fahren. Nächste Woche wieder ein Wettkampf. Nee, brauche ich nicht. Nein, ich will einfach Spaß haben, Badminton zu spielen, diesen Sport auszuüben, ohne diesen Wettkampfcharakter. Das war mir damals zum Beispiel wichtig, als ich diesen Verein ausgesucht habe. Und auch da, wie gesagt, da merke ich natürlich auch, gegen andere zu spielen, die man aber trotzdem natürlich persönlich sehr mag und sich mit denen zu unterhalten, dieses Gemeinschaftsgefühl beim Sport, das verstehe ich total. Das ist geil. Das macht Spaß. Also das ist schon ein zusammenraufendes Erlebnis, wo man sich so ein bisschen zusammenschweißt, also man lernt sich besser kennen und man knüpft vielleicht sogar neue Freundschaften und sowas. Verstehe ich absolut. Ich verstehe die Mechanismen. Und auch, das mag ich auch. Aber ich muss nicht gegen wildfremde Leute oder irgendwen antreten, um mich zu beweisen und um irgendwie Platz 1 oder Platz 2 oder Platz 15 zu haben und hinterher irgendeine Urkunde zu haben, die ich an die Wand hängen kann. Wow. Das ist mir nichts wert. Das ist mir persönlich, das brauche ich nicht. Das ist für manche Leute, die das hier hören, wahrscheinlich total das Gegenmodell ihres Lebens, wenn sie selber sportliche Athleten sind. Und wie gesagt, macht das doch. Ich will euch davon nicht abreden. Ich will das auch nicht schlecht reden. Ich sage nur, für mich persönlich, für mein Leben, ist das nichts, was ich wichtig finde oder woran ich Spaß habe. Und letztendlich geht es ja darum, dass man in der Freizeit vor allem auch, Zeit, die man selber bestimmen kann, dass man da nur Dinge tut, die einem auch Spaß machen und die einen erfüllen. Oder eine erfüllen. Und wenn Sport da nicht dazu gehört, dann ist das halt so. Und wenn Sport das für dich ist, dann ist das auch schön. Dann eine Sache, die ist auch total random, aber die, also so manche Gerichte zum Beispiel, die manche Leute total abfeiern. Ich mag zum Beispiel überhaupt nicht Antipasti. Oder, also diese in Öl eingelegten, weiß ich nicht, wie heißen sie denn alle hier, die Feigen und wie sie nicht alle heißen und dann auch mit Käse und so und ach nee, das brauche ich alles nicht. Das ist überhaupt, das ist überhaupt nicht meins. Oder auch, bestimmte Käsesorten zum Beispiel, die manche Leute total abfeiern von wegen Schimmelkäse und oh, ist das geil und mh, oh, lecker, nom, 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 nom. Boah, nee, geh mir weg damit. Ich brauche das nicht. Das schmeckt mir nicht. Und auch so Sachen, was gibt es denn da noch zum Beispiel? Soße Hollandaise, bin ich auch nicht so der größte Freund von. Das feiern auch viele Leute ab. Also so diese Sahnesoßen und sowas, ne, also zum Kochen. Ach, nee. Ich bin ein Fan von dunklen Soßen. Ich mag diese Bratensoßen zum Beispiel total gerne oder bei Rouladen. Und diese dunklen, würzigen, herben Soßen, die mag ich total. Aber ich, diese hellen Soßen sind tatsächlich meistens so ein bisschen, weil da halt dann meistens so Sahne und Milch drin ist und so. Das ist nicht so meins. Also ich esse es teilweise mit, wenn es dann irgendwie, wenn das Gericht selber lecker genug ist und ich das mag, ja, aber ach nee, ich brauche das nicht. Also ich würde es mir selber nicht machen. Sagen wir es mal so. Für mich selber würde ich, wenn ich koche, würde ich mir das nicht machen. Das ist, das ist, nee, also das ist nicht so meins. Dann eine Sache, die, das ist, glaube ich, eher so ein Generationen-Ding auch und es ist jetzt nicht so ultra überraschend. Also ich sag mal, meine Generation und alles, was jünger ist als ich, alle jüngeren Generationen und auch die jetzt demnächst halt natürlich noch kommen, die noch nicht geboren sind. Das Thema Zeitung lesen und ich meine jetzt mit Zeitung lesen keine Online-Zeitschriften und Magazine, sondern gedruckte Zeitungen. Es ist bei uns in der Stadt so, das tut mir auch immer echt leid, aber gut, das ist nicht meine Entscheidung, dass sie das so handhaben. Jeder Haushalt kriegt im Prinzip eine kostenlose Tageszeitung wöchentlich. Und also da muss man, also ich muss dafür nicht zahlen, die Bürger müssen dafür letztendlich nicht zahlen, die kriegen wir im Prinzip kostenlos. Keine Ahnung, was deren Geschäftsmodell ist, wie das funktioniert, aber wir kriegen die kostenlos und ich nehme die mit nach oben, wenn die im Briefkasten steckt und lege die direkt auf diesen Altpapierstapel, den ich habe. oder in dieser Altpapierkiste. Ich lese die Zeitung nicht und ich würde auch, weiß ich nicht, ich bin davon nie ein Fan gewesen. Ich habe früher als Jugendlicher, als Social Media noch nicht so wirklich existierte, also die erste 2000er-Hälfte und auch so ein bisschen die zweite, ich habe Videospielmagazine gelesen, die Screen Fund zum Beispiel, not sponsored, wobei von denen kann ich auch nicht mehr gesponsert werden, weil die gibt es nicht mehr, die sind pleite. beziehungsweise der Verlag dahinter nicht, aber die Zeitschrift gibt es nicht mehr oder andere Magazine über Videospiele, über Musik zum Beispiel, habe ich teilweise auch bis vor ein paar Jahren auch hier und da immer wieder mal gekauft und mache ich auch heute teilweise noch, wenn interessante Interviews mit Künstlern, mit Musikern drin sind, die ich sehr mag, zu neuen Alben, neuen Veröffentlichungen und so. Aber jetzt so Tageszeitungen und sowas oder auch irgendwelche anderen, also nicht nur aus der Region, nicht nur regionale Zeitungen, sondern auch, ich sage jetzt mal, große deutsche Zeitschriften, die man auch als Printausgabe kaufen kann, würde ich halt nicht machen. Ich gehe nicht zum Kiosk und kaufe mir irgendeine Printzeitschrift oder eine Zeitung vor allem, muss ich sagen. Das mache ich nicht. Ich glaube halt aber auch, das ist halt nicht unnormal vor dem Hintergrund, dass das einfach auch meine Generation und vielleicht auch eine Generation, die noch irgendwie fünf Jahre älter ist oder was, also die auch da so ein bisschen mit drin sind noch, die Ersten, die sogenannte Digital Natives sind oder die mit dieser Digitalisierung halt aufgewachsen sind und alle Generationen, die jetzt noch kommen, die werden halt zu einem großen Teil einfach keine gedruckten Zeitschriften mehr lesen und keine Zeitung. Das ist einfach so und das ist auch jetzt, da brauche ich auch kein Hellseher sein. Das ist ja heute zum Teil schon so, dass gedruckte Zeitschriftenabos schon stark zurückgehen und immer weiter zurückgehen. Ich will nicht so weit gehen und sagen, dass irgendwann gedruckte Zeitschriften komplett weg sein werden. Das kann sehr gut passieren, kann ich mir gut vorstellen, aber auf absehbare Zukunft, die nächsten, weiß ich nicht, 10, 15 Jahre, 20 Jahre vielleicht wird es die in irgendeiner Form hier und da noch geben. Aber ich, also auch so, das ist, manche Rituale, die viele Ältere, sag ich jetzt mal, 40, 50 aufwärts damit verbinden, so morgens irgendwie vor dem Arbeiten einen Kaffee machen und sich an den Esstisch setzen und dann einmal durch die Zeitschrift blättern und sowas beim Kaffee trinken und beim Bütterchen essen, beim Brot essen, Brötchen, irgendein anderes Frühstück, füge hier ein. Nee, das ist, oh, da ist auch übrigens noch so ein Thema, was viele Leute normal, ganz normal machen, ich, ich frühstücke nie. Also, ich frühstücke im Sinne von auch zeitlich betrachtet vor 12 Uhr mittags esse ich so gut wie nie irgendwas. Mach ich nicht. Ich hab morgens noch nicht so den Hunger, ich frühstücke, also ich esse meistens frühestens ab 1 Uhr mittags, manchmal auch erst ab 2 oder sogar 3 Uhr. Das ist dann so mein Frühstück, vor allem an Wochenenden, wenn dann überhaupt. Ist auch nicht ultra gesund, das weiß ich, und viele Leute würden auch sagen, ja, aber ich brauch das Frühstück, um mich morgens zu konzentrieren. Ja, ich brauch das jetzt nicht unbedingt dafür. Ich kann dann auch einfach einen Kaffee trinken oder irgendeinen O-Saft oder was und dann hab ich auch irgendwie Zucker aufgenommen, der mir beim Denken hilft oder wie auch immer. Also, das geht halt auch. Aber das ist halt so eine persönliche Sache und das ist ja auch so eine biologische Sache zum Teil. Da tickt halt jeder Körper auch so ein bisschen anders. Es gibt auch Ausnahmen, wenn die Familie zum Beispiel morgens mal zum Frühstück an einem Wochenende einlädt oder so, oder ich irgendwo zu Besuch bin und mein Frühstück dann zusammen nach dem Aufstehen und so. Absolut, hab ich überhaupt kein Problem, den mach ich gerne. Oder irgendwo anders auch hinfahren morgens, dass man irgendwie sagt, okay, wir fahren in einen Café und frühstücken da um 9.30 Uhr oder keine Ahnung, oder jemand aus der Familie fahrt einen Geburtstag und möchte brunchen. Überhaupt kein Problem mit, mach ich dann auch. Aber für mich selbst, ich frühstücke morgens halt nicht. Ich trinke einen Kaffee, wenn ich hier morgens aufstehe und ja, dann halt erstmal so wach werde, aber ich esse dann halt dann halt noch nichts. Also wir haben jetzt zum Beispiel aktuell 13.29 Uhr und ich hab bis jetzt noch nichts gegessen. Das ist aber halt nicht unnormal für mich. Da hab ich meinen Körper halt auch irgendwie dran gewöhnt. Und dementsprechend, außer bei meinen Großeltern, muss ich sagen, das ist so ein bisschen die einzige Ausnahme. Oder wenn ich halt, wie gesagt, bei Freunden bin, wo meistens mittags gegessen wird, wo die Familie dann irgendwas zu Eltern zu essen macht. Ich esse auch nie mittags. Also ich esse meistens so das Mittagessen, was viele Leute haben. Die warme Mahlzeit am Tag, die hab ich abends immer. Und auch bei uns zu Hause, also wenn ich bei meinen Eltern bin und da mit esse, wir haben halt nie Mittag gegessen. Zu Mittag gegessen, wir essen immer abends warm. Das war immer so. Und also dieses klassische deutsche Mittagessen, mittags muss gegessen werden, um Punkt 12 Uhr gibt's Mittagessen. Nee. Also zumal, das ist auch wieder so ein bisschen, das könnte man jetzt sagen, okay, so ein bisschen stumpf. Aber nicht nur in diesem Kontext, sondern auch in anderen Kontexten, wenn's darum geht, wann kommt was im Fernsehen, ne, oder etwas on demand gucken, also Netflix und solche Sachen oder YouTube, ne, gucken, wann man Lust hat und wann man Zeit hat und nicht, wann es irgendwie live im Fernsehen kommt oder so oder gerade im Programm ist aktuell. Ich richte mich weder beim Essen noch bei anderen Sachen gerne so nach festgelegten Zeiten, die man auf die Minute genau gefühlt einhalten soll und muss. Ausnahme sind natürlich, wie gesagt, Verabredungen und Treffen oder irgendwelche geschäftlichen Termine. Absolut eine Ausnahme, klar, aber Freizeitsachen so, ne, wo dann, ja, Punkt 12 Uhr gibt's Mittagessen. Warum muss das um Punkt 12 Uhr sein? Das schmeckt mir auch um 12.05 Uhr noch genauso gut. Ja, aber dann ist es ja warm. Ja, aber, ne, wenn man warmes Mittagessen hat, ich esse das meistens sowieso dann nicht sofort, weil das dann noch zu heiß ist. Klar, puste ich dann, damit's ein bisschen kühler wird und so, aber ich muss doch dann eh noch zwei, drei Minuten meistens warten, bis es ein Tacken kühler geworden ist und immer noch warm genug. Also, ja, also, wie gesagt, aber das ist halt, das soll jeder machen, wie er meint, ich kann auch um drei Uhr nachts einen Kuchen essen und Kaffee trinken, da hab ich kein Problem mit. Wo manche Leute auch sagen würden, irgendwie, äh, nein, also Kaffee trinke ich doch nur nachmittags oder morgens und abends, da trinkt man doch, da trinkt man, ja, in Definitpronomen, wer ist man? M-A-N, nicht mit Doppel-N, sondern nur mit einem N im Deutschen. One does not simply drink coffee after 8 p.m. oder sowas, ne? So, Mann trinkt nach 8 Uhr abends keinen Kaffee mehr. Wo steht das? Wer sagt das? Wer hat das, also warum? Kann man Leute nicht einfach so leben lassen, wie sie wollen? Das ist, aha. Auch das ist noch so ein Thema, das hab ich nicht aufgeschrieben, aber so manche Sachen, wo ich mir so denke, ey, man könnte es jetzt als Normen kennzeichnen oder als Traditionen, manche Gepflogenheiten, die einfach aus meiner Sicht manchmal einfach gar nicht mehr hinterfragt werden, genauso wie manchen Traditionen oder manchen anderen Bereichen des Lebens, wo einfach dran geglaubt wird, ohne irgendwie mal zu hinterfragen, ja, wer hat das denn so festgelegt? Ist das überhaupt so sinnvoll? Ergibt das überhaupt Sinn? Ist das gut so? Oder mache ich das jetzt gerade nur, weil das normal ist, in Anführungszeichen? Weil es ein Teil der Gesellschaft ist oder ein Teil der, der kollektiven Gewohnheit von Menschen ist oder mache ich das wirklich, weil ich davon überzeugt bin und weil ich das für sinnvoll erachte? Und ich glaube, wenn man da manche Sachen im Leben und manche Gewohnheiten so ein bisschen hinterfragt, dann wird man entdecken, eigentlich mache ich das nur, weil ich mir das angewöhnt habe, aber das nie wirklich hinterfragt habe und eigentlich ist das total bekloppt, dass ich mich nach so Stirn oder so starren Parametern richte, von wegen um Punkt 12 Uhr muss es Mittagessen geben, weil ja, ne? So, egal. Lange genug über das Thema gequatscht. Ich hoffe, ich habe euch nicht gelangweilt bis hierhin. Auch so eine Sache, was ich gerade eben schon angesprochen hatte, Stichwort Traditionen und sowas. Gerade hier, also ich wohne in einer kleinen Stadt, also Kleinstadt würde ich sagen, aber Kleinstädte haben ja meistens in Deutschland zumindest auch so einen leichten Dorfcharakter noch. Man kennt sich halt dann doch, also viele Leute kennen sich halt trotzdem irgendwie untereinander. Es ist nicht so wie auf dem Dorf, dass sich jeder kennt, wo irgendwie nur 400, 500 Leute leben. Aber hier, ich lebe halt in einer kleinen Stadt, viele Leute kennen sich untereinander und wenn es nur vom Sehen her ist, also nicht persönlich. Und hier, was auch gerade in kleinen Städten sehr beliebt ist, sind so Volksfeste, also Schützenfeste, Jägerfeste. Bei uns hier im Sauerland, wo ich wohne, wo ich herkomme, in Arnsberg zum Beispiel, da ist es so, da gibt es dann, in einem Jahr gibt es das Jägerfest, im nächsten Jahr gibt es das Schützenfest, danach gibt es dann wieder das Jägerfest, also immer abwechselnd. Und viele jüngere Leute sind halt auch da und feiern das total und auch den Vogel dann abschießen und so und dieses Jägermäßige und Schützenmäßige, dieses Schießen, auf so Tontauben und Tonen oder künstliche Vögel oder was ne und dann der, der den Vogel letztendlich komplett abschießt oder den Rest abschießt, der wird der neue Schützenkönig oder Jägerkönig, heißt der Jägerkönig? Ich weiß es gar nicht. Damit habe ich eigentlich schon angedeutet, worum es mir hierbei geht. Das interessiert mich halt so gut wie null. Es ist mir komplett egal. Mich, auch dieses, ja und ich möchte nächstes Jahr unbedingt Schützenkönig werden und ich muss im Hofstaat dabei sein und ich glaube, das ist, also da könnte ich mir vorstellen, dass Leute das aus vor allem zwei Gründen interessant finden. Der erste Grund ist, ganz stupide, das ist eine Gelegenheit, um sich mal so richtig volllaufen zu lassen, mal wieder so richtig zu saufen mit Freunden und Bekannten und so auf einem großen Fest. auch da den Mechanismus dahinter verstehe ich absolut, weil, ne, schönes Beisammensein und wenn es Spaß macht, warum nicht? Macht das doch, ja. Solange ihr nicht irgendwie besoffen andere Leute zusammenschlagt oder so, keine Ahnung, oder ausrastet, aggressiv werdet, ja, dann macht das doch halt, ne. Ich mach das ja auch ganz gerne in geselliger Runde mal irgendwie trinken oder was, jetzt nicht saufen, aber halt, ne, mal schön ein bisschen was trinken, Cocktails oder so. Absolut. Macht mir total Spaß, ja. Gesellschaftstrinker bin ich durchaus. Auch alleine gönne ich mir ab und zu mal vielleicht so ein Glas Wein oder was am Abend, aber jetzt nie im Sinne von, dass ich mich zulaufen lassen würde, also dass ich sehr viel trinken würde, überhaupt nicht. Auch das hat in den letzten Jahren durchaus merklich abgenommen im Vergleich zu meiner Jugendzeit, wo ich dann auf Stufenfeiern teilweise dann echt gut dabei war. Bis hin zu einem Filmriss, den ich mal hatte und so, aber da bin ich auch nicht stolz drauf. Ich sag's nur, weil's so war. Aber so, das ist der eine Aspekt, also dieses Gemeinschaftsgefühl, dieses Gemeinschaftsgefüge und das gemeinschaftliche Trinken, weil Alkohol lockert die Stimmung und so und ist lustig und schön, schöne Zeit, ne. Das andere ist, glaube ich, tatsächlich, gerade auch beim Schützenfest oder auch beim Jägerfest, wortwörtlich eigentlich sogar, wenn man familiär einfach einen Hintergrund hat und das ist bei, in einer Kleinstadt wie hier bei uns im Sauerland, wo es auch viele Wälder gibt und viele grüne Flächen, wo natürlich auch wilde Tiere sind, wo auch viel gejagt wird und sowas, wenn man einen familiären Hintergrund hat, wo man, der Vater zum Beispiel Jäger war oder der Großvater schon Jäger war und man kennt das einfach aus der Kinderstube oder aus der eigenen Familie, dann ist man natürlich auch eher wahrscheinlich interessiert an dem Jägerfest oder dem Schützenfest als Volksfeste. Auch das könnte ich mir gut vorstellen, aber das ist bei meiner Familie halt nicht gegeben. Also mein Opa war halt Angler im Verein, über 50 Jahre lang, hat da echt aktiv viel geangelt und so, aber nie irgendwie gejagt oder so und ich wüsste auch von keinem anderen Familienmitglied, was irgendwie Jäger war, also jetzt, was so ein, zwei Generationen zumindest zurückreicht, Großeltern, Urgroßeltern, Generationen, wüsste ich jetzt nicht. Mein Vater auch nicht, ich auch nicht, also ich habe da keinen Bezug zu. Ich war einmal auf einem Jägerfest vor sieben, acht Jahren mit einem Kumpel und das war auch ganz lustig, weil das war halt dann abends im Zelt, so im sogenannten Zelt, wo dann einfach nur noch getrunken wird. Also das Eigentliche, dieses Vogelabschießen, das habe ich halt nie selber erlebt und das interessiert mich halt auch ehrlich gesagt nicht wirklich. Und das war halt auch echt schön. Also ich kann gar nicht mal sagen, dass mir das nicht gefallen hätte, weil auch da habe ich dann andere Schulkollegen getroffen, weil ich halt auch weiß, dass da viele dran interessiert sind aus meiner ehemaligen Oberstufe auf dem Gymnasium in der Schule und die sieht man dann auch teilweise nach Monaten mal wieder da an so einem Abend und unterhält sich gut. Das hat auch total Spaß gemacht, aber ich muss, also jetzt nicht so, dass ich jetzt sagen müsste, boah, ich muss das jedes Jahr unbedingt haben. Ich könnte mir vorstellen, dass ich da mal wieder hingehe, aber ja, weiß ich nicht. Also ich brauche es jetzt nicht unbedingt. Das, ne? Oder es gibt natürlich auch andere Volksfeste, so das Oktoberfest, das kennen ja viele von euch zum Beispiel. Ich war noch nie da. Der liebe Vuko, aka Get Germanized, sehr guter Freund von mir und auch YouTube-Kollege, der war auch schon, ich glaube, zweimal mittlerweile da. und da hätte ich zum Beispiel auch keine Lust, also ich würde einerseits ganz gerne mal hin, um es mal erlebt zu haben, aber andererseits habe ich auch nicht so hundertprozentig großes Interesse daran, dass ich das vor allem für das, den teuren Preis dahin fahre, weil so einen Sitzplatz im Zelt, den muss man ja auch, glaube ich, soweit buchen, dann ein Hotel, was man braucht und da wird man halt locker einen dreistelligen Eurobetrag los und ob mir das das einfach wert ist, sich volllaufen zu lassen mit Bier, also mit einer Maß Bier, ein Liter, in so einem großen Bierkrug, in einem gläsernen, wo ich persönlich sowieso nicht so der größte Fan von normalem Bier bin, sondern ich eher Bier-Mischgetränke bevorzuge, also Bier mit Cola zum Beispiel und solche Sachen. Ob mir das das Geld wert wäre, ich glaube es nicht, ehrlich gesagt. Ich, nee, also ich tendiere da eher zu nein. Deswegen, auch da soll jeder machen und ich verstehe auch, dass Leute hier hinkommen aus der ganzen Welt, weil sie das mal erleben wollen und weil viele Leute natürlich auch so ein bisschen Stereotyp denken, oh, die Deutschen mit ihren Lederhosen und Weißwurst und Bier und so, ne, macht es halt, wenn ihr Spaß dran habt, aber ich als Deutscher muss sagen, ich, das, ich brauche das nicht, also das reizt mich nicht genug, als dass ich sagen würde, ich muss das unbedingt mal machen. Dann lieber mal auf ein Rammstein-Konzert, das reizt mich dann wesentlich mehr, was ich auch noch nicht gemacht habe und geschafft habe bisher. Ich habe noch, ich gucke mal ganz kurz, zwei Sachen auf der Liste. Eine Sache, die ist vielleicht, also, die ist relativ merkwürdig und die kann sich auch durchaus ändern. Das ist so eine der Sachen von dieser Liste, wo ich mir vorstellen könnte, die sich am ehesten noch für mich persönlich noch mal ändern könnte, dass ich mich mehr dafür interessiere oder sich das irgendwie, dass ich da mehr Spaß dran habe. Und zwar, und das ist ein bisschen kurios und merkwürdig wahrscheinlich, wenn man bedenkt, dass ich ja selber Autor bin. Ich habe ja einen Roman geschrieben, aber wenn es darum geht, Bücher zu lesen, erstens bin ich nicht die große Leseratte, also, schönes deutsches Wort übrigens, ein schönes Kompositum, die Leseratte, also, the reading rat, literally speaking, sozusagen, jemand, der sehr gerne liest, sehr gerne Bücher liest, vor allem auch. Und ich, wenn ich lese und Bücher lese, lese ich fast ausschließlich Sachbücher. Also Bücher über Philosophie zum Beispiel, die gut geschrieben sind und auch gut verständlich geschrieben sind, das macht mir sehr viel Spaß. Oder Bücher über Psychologie, über Biologie, über wissenschaftliche Themen. Lese ich total gerne, aber ich bin nicht so der große Romanleser. Also, ich lese nicht wirklich Prosa in dem eigentlichen Sinne. Und das ist halt merkwürdig, weil ich selber halt Prosa schreibe. Also, ich habe, ich habe ja einen Roman geschrieben, der irgendwann auch herauskommen wird. Das Buch nennt sich Die Quelle. und ich werde euch da auf dem Laufenden halten, werde da sicherlich auch mal eine Podcast-Episode zu aufnehmen, wenn das soweit alles in Dach und Fach, unter Dach und Fach ist, fertig ist. Ich lasse es euch auf jeden Fall wissen, aber wenn es darum geht, dass ich Bücher lese, bisher habe ich da nie sehr viel Spaß dran gehabt, Romane zu lesen. Das kann sich aber auch immer ändern, weil das kommt vielleicht auch einfach ein bisschen daher, dass ich nicht wirklich viele gute Romane bisher gelesen habe, wo ich sage, hm, ja, da habe ich jetzt Spaß auf mehr. Das, in der Schule damals habe ich halt ein paar Bücher gelesen, die fand ich echt ganz cool, aber das war halt dann auch der Anteil der Bücher, die man in der Schule lesen musste, weil sie auf dem Lehrplan stehen, aber halt für mich persönlich nicht interessant genug waren, dass sie mich so gefesselt hätten, dass ich sagen würde, boah, ich muss jetzt mehr Romane lesen. Dieser Anteil war halt ein bisschen gering. Also, beziehungsweise, ich anders ausgedrückt, der Anteil von Büchern, die mich nicht so wirklich interessiert haben, die wir in der Schule aber lesen mussten, war relativ hoch. Es gab viele Bücher, die wir lesen mussten, wo ich gesagt habe, ja, das erhöht bei mir persönlich nicht den Spaß am Lesen. Wenn wir in der Schule aber sowas gelesen hätten wie Stephen King, dann könnte ich mir durchaus gut vorstellen, dass ich irgendwie aktuell eine größere Leseratte wäre oder mehr Spaß am Bücher lesen hätte, als es derzeit der Fall ist. Bei meinem Vater oder bei dem lieben Alex Flattermann 85 war es zum Beispiel so, das hat er mal erzählt, als er in der Schule war, haben sie, ich glaube, im Englischunterricht oder so Stephen King gelesen und analysiert. Und das hat ihm so gefallen, dass er bis heute großer Stephen King Fan ist, hat jedes Buch davon. Mein Vater ist auch großer Stephen King Fan, hat jedes Buch. Also ich wäre sozusagen sogar an der Quelle zu den Büchern, ich müsste mir sie gar nicht erst kaufen und vielleicht, ich fange es vielleicht einfach irgendwann mal an, mal gucken. Also da, wie gesagt, da könnte ich mir vorstellen, Bücher lesen, im Sinne von Romane lesen vor allem auch, das kann definitiv nochmal zu einem größeren Hobby bei mir irgendwann werden, das will ich nicht ausschließen, das kann ich mir auch gut vorstellen, aktuell ist es das jedenfalls nicht. Und das letzte Thema, was ich noch kurz anreißen will, auch das ist so, das ist vielleicht so mit das plakativste Thema, was viele Leute lieben, aber auch viele Leute überhaupt nicht abkönnen. Also da bin ich, da fühle ich mich nicht so alleine wie bei manchen anderen Themen. Also Schwimmen zum Beispiel oder Pissoirs, da habe ich bei den beiden habe ich so ein bisschen den Eindruck oder auch bei Volksfesten teilweise zumindest, das ist so gesellschaftlich halt sehr weit verbreitet, dass Leute das hauptsächlich mögen und nur ein kleiner Teil das irgendwie nicht so wirklich mag. Aber bei dem jetzt folgenden Thema, da ist es ein bisschen ausgewogener glaube ich und zwar das Thema Achterbahnen. Da kommt wieder so ein bisschen dieses Thema Höhenangst auch zum Tragen, also es gibt ja diese Freefall Tower zum Beispiel, da würde ich nie reingehen und auch so dieses Achterbahnen fahren mit Loopings und was weiß ich wie oder es ist nicht so meins. Mein Bruder fährt da voll darauf ab, der ist fünf Jahre jünger als ich und wir haben jetzt vor ein paar Tagen haben wir uns mal ein paar Videos angeguckt auf YouTube mit den Top 10 Achterbahnen in Deutschland glaube ich, in deutschen Freizeitparks und so und ich fand das halt, die waren cool gemacht, ich kann das total wertschätzen, so rein ästhetisch, wie die aufgebaut sind und wo die herfühlen und wie das Ganze drum herum gestaltet ist, auch thematisch teilweise mit, weiß ich nicht, das alte Ägypten oder das alte Griechenland mit Mumien und Ruinen, durch die man dann fährt und so, voll cool, mag ich total, aber ich würde mich das nicht selber reinsetzen, das ist so, ich war einmal 2017 mit dem guten Vuko mit Get Germanized im Movie Park in Bottrop-Kirchellen, da war ich auch vorher schon als Kind und als Jugendlicher schon etliche Male, aber halt nie in diesen Achterbahnen halt drin, ich war immer in Mystic River gibt's im Movie Park Bottrop-Kirchellen und auch da not sponsored, ich sag das jetzt einfach nur, weil ich, ne, ich mag das, Werbung wegen Namensnennung und so, aber Mystic River so eine seichte, relativ seichte Wasserfahrt auf so einem Floß durch so einen verwunschenen Wald und sowas alles, ne, und auch mit schöner Musik untermalt und, ähm, das gefällt mir, da könnte ich irgendwie 50 Mal nacheinander drin fahren, das macht Spaß. Oder auch, was ich sogar noch gemacht hab, diese Wasserbahn, die halt relativ simpel ist, da wird man, glaub ich, dann irgendwie hochgezogen, fährt oben auf so einem hohen Plateau dann wie so eine Halbkurve und wird dann auf einmal so eine steile, lange Bahn runtergeschubst und landet unten halt dann im Wasser. Also man fährt dann runter und wird dann unten halt nass, ne, wenn man aufkommt quasi wieder. Das hat Spaß gemacht, aber das war halt auch schon für mich so ein bisschen an der Grenze. Und ich war in der, ich glaub, die heißt die kleine Maus. Leute, die den Movie Park gut kennen, also den Freizeitpark muss ich vielleicht dazu sagen für Leute, die das jetzt nicht kennen außerhalb von Deutschland auch, das ist ein Freizeitpark, der sehr filmbezogene Themen behandelt, also sowohl Fantasy-Filme als auch irgendwie Science-Fiction und sowas, deswegen der Name Movie Park. Echt ein cooler Freizeitpark, muss ich sagen, gefällt mir an sich sehr gut. Und da gibt's halt auch die kleine Maus, das ist so eine relativ leichte Achterbahn, muss ich wirklich auch selber sagen, aber da gibt's keine Loopings oder was, sondern man wird halt oben teilweise so durch enge Kurven fahrt, also man fährt weit oben gelegen durch so enge Kurven und dann teilweise halt so schnell runter so ein Stück und dann wieder hoch und dann wieder runter, also mit Gefälle und sowas wird gearbeitet und mit Fliehkräften in Kurven und so. Da gibt's ein Foto von mir auf meinem Instagram-Profil, da müsstet ihr vielleicht ein bisschen zurückspulen oder zurück scrollen, runterscrollen in meinem Profil Dave-Durden. Da wird ja teilweise an manchen Stellen in so Achterbahnen werden ja automatisch dann so Fotos geschossen, die man sich hinterher dann angucken kann und man kann die sich dann halt auch entwickeln lassen für, weiß ich nicht, fünf, sechs, acht Euro und das hab ich halt gemacht, normalerweise mach ich sowas halt nicht, aber mein Gesichtsausdruck spricht Bände. Ja, also Vuko sitzt neben mir mit Sonnenbrille, hat total Spaß, hinter uns sitzt, ich weiß nicht, ob das ein Ehepaar ist oder so auf irgendwie ein Paar oder was wohl, eine Frau, die total lächelt und sichtbar Spaß hat und ihr Kerl auch und ich vorne links im Sitz total total angespannt und irgendwie als wenn ich irgendwie in Todesangst wäre oder was, aber so schlimm war es und ich weiß nicht, aber es war mir halt echt unbehaglich da drin zu sitzen, also es hat mir irgendwie schon Spaß gemacht, muss ich schon zugeben, also es hat mir schon so einen Kick gegeben, aber nicht genug, dass ich jetzt so angefixt wäre und sagen würde, boah, ich muss jetzt alle verschiedenen Achterbahnen der Welt ausprobieren, das jetzt überhaupt nicht, also das, ich hab's jetzt dann mal gemacht, ich hab mich mal getraut, das hat mir, das hat mich sehr viel Überwindung gekostet, muss ich schon gestehen, andere würden sagen, boah, das ist doch total läppisch da oben, das ist doch noch nichts, ne, ja, weiß ich, aber für mich persönlich hat's halt trotzdem Überwindung gekostet, mit Vuko da reinzugehen, ich hatte es ihm versprochen, als wir den Tag da hingefahren sind und, ähm, ach Mensch, da war, ich glaub, das war sogar so ein, die Videodays, die haben da stattgefunden, das gibt's, glaub ich, mittlerweile auch nicht mehr, das war so eine YouTuber, ähm, Meet & Greet Veranstaltung im Moviepark und wir waren halt auch da, jetzt nicht selber zum Orthogrammen geben, aber ich glaub, der liebe Lenny, Freund von mir und von uns, ne, Lenificate auf YouTube, der war halt da, glaube ich, an dem Tag unter anderem und, äh, wir dachten halt auch, komm, fahren wir vielleicht auch einfach mal hin und sagen mal kurz hallo oder was, quatschen mal ein bisschen und gehen einfach mal so durch den Park, ne, und machen da halt so ein paar Sachen und das war halt auch echt schön und, ähm, ja, das ist, ich, ich will da nie, also ich will never say never, sagt man im Englischen, ne, ich will niemals nie sagen im Deutschen, hab's jetzt auch gesagt, dass ich nicht vielleicht irgendwann sogar mal der große Fan von Achterbahnen werde, warum auch immer, ich kann's aktuell nicht kommen sehen und wüsste nicht warum, aber, ich weiß nicht, so das, deswegen lohnt sich für mich auch sofort Fun und solche Sachen einfach nicht wirklich, rein finanziell auch, weil ich würde halt, also ich würde zu den Fressbuden gehen, also ich würde mir Pommes essen, holländische Pommes, finde ich immer so geil, auf einer Kirmes oder, ne, auf, ah, lecker, oder so diese schokoladenüberzogenen Erdbeeren und sowas, was da alles gibt und so, ach, stehe ich total drauf, Zuckerwatte natürlich auch, ne, oder auch so Losbuden, finde ich eigentlich auch immer ganz cool, je nachdem, was man da gewinnen kann, meistens ist ja dann so Sachen für Kinder, aber, ne, ich fände es trotzdem irgendwie lustig, so ein großen, weiß ich nicht, so ein großes Kuscheltier zu gewinnen irgendwie und selbst wenn ich es dann irgendwie an Kinder verschenken würde hinterher, aber das wäre es mir dann halt auch wert, da würde ich auch ein paar Euros für ausgeben, aber weiß ich nicht, also so, oder auch, was ich ganz schlimm finde, sind so, ähm, wie beschreibe ich das am besten, so Sachen, da setzt man sich rein, das, das, das ganze Fahrgestell dreht sich, aber diese kleinen Gondeln oder diese Waggons, wo man selber alleine drin sitzt, die drehen sich in sich selbst auch nochmal, also man hat im Prinzip zwei Drehungen, einmal eine äußere Drehung und einmal eine innere Drehung, wo man da drin sitzt in dem Ding und boah, nee, meistens sind das so wie so Tassen oder was, oder aufgebaut, oder sehen so aus und was bei mir manchmal so ein bisschen Tagesform abhängig ist, würde ich sagen, ist so ein Riesenrad, weil wie gesagt, ich hab's nicht so mit Höhe und da oben sitze ich zwar sicher in dieser Gondel drin, aber wenn man dann irgendwie doch oben stehen bleibt am höchsten Punkt und dann hat man zwar eine geile Aussicht, aber ich kann mich beim letzten Mal dran erinnern, ich hab mich halt immer so ein bisschen an dieser Mittelstrebe festgehalten, weil aus Reflex irgendwie, weil die manchmal dann ja auch so hin und her wackelt und so und der Wind, je nachdem, wenn's windig ist, ne, ja, 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 jedenfalls, das waren die Themen für heute, für diese Episode, beliebte Dinge, die ich nicht mag oder die mir nicht so wirklich viel Spaß machen aktuell, wie gesagt, das kann sich immer mal ändern, vielleicht irgendwann, wenn ja, falls ja, werde ich's euch wissen lassen, mich würde natürlich auch abermals, ne, an Leute, die selber Podcasts machen und das hier hören, fühlt euch gerne inspiriert, das Thema aufzugreifen, falls ihr's noch nicht getan habt, Sachen, die euch nicht gefallen, die andere Leute total gerne machen oder die gesellschaftlich total gerne gemacht werden von vielen Leuten, würde mich interessieren, was seht, was denkt ihr dazu, wie ist das bei euch, wie steht ihr zu den Sachen, die ich erwähnt habe, auch da könnt ihr mich das gerne wissen lassen auf Social Media, wo auch immer, wie immer findet ihr Links dazu in der Podcast-Beschreibung, übrigens, ich glaub, das hab ich schon mal kurz erwähnt in einer anderen Episode, dieser Podcast ist jetzt auch verfügbar auf Apple Podcasts, also ihr könnt mich jetzt auch auf Apple hören, in iTunes und so und ja, da findet ihr den Podcast jetzt auch, weil ich auch ein, zweimal danach gefragt wurde, beim nächsten Mal hoffe ich, denke ich daran, das am Anfang der Folge direkt zu erwähnen, danke jedenfalls aber auch an alle, die das komplett bis hierhin gehört haben, ich wünsch euch noch einen schönen Tag, ganz liebe Grüße in alle Länder, die das hier hören und wo ihr das hier gerade auf der Welt hört, wie viel Uhr es ist, was ihr gerade macht, ob ihr am Autofahren seid, im Zug unterwegs seid, in der Badewanne sitzt, am Arbeiten seid, spazieren geht, wo auch immer ihr das hier gerade hört, ihr seid geil, ihr seid super, ich mag das, ich möchte mich bei euch sehr bedanken für eure Aufmerksamkeit und das sag ich nicht nur einfach so, ich weiß das wirklich sehr zu schätzen, denn Geld ist zwar ein sehr wichtiges gesellschaftliches, ein gesellschaftlicher Wert oder einer Sache, der sehr viel Wert beigemessen wird, aber ich glaube, wenn man ehrlich ist, das, was noch wertvoller ist, gesellschaftlich, menschlich, ist Zeit, deswegen weiß ich es halt sehr zu schätzen, Lebenszeit ist endlich, wenn ihr meine Podcasts hört, meine Episoden und da werden auch noch viel mehr kommen in Zukunft, weil das macht mir total Spaß, ich habe mal überlegt, eventuell auch mal so eine Art Patreon nur für den Podcast zu machen, ich bin mir da noch nicht so ganz sicher, ob ich da was machen werde, wenn ja, lasse ich es euch natürlich gerne wissen, aber, falls euch dieser Podcast gefällt, dann könnt ihr mich natürlich auch jetzt schon unterstützen unter paypal.me also paypal.me slash vlogdave yt zusammengeschrieben paypal.me slash vlogdave yt das ist so ein Link jetzt nochmal auf Englisch gesagt, wie gesagt, es hören ja auch Leute, die Deutsch nicht als Muttersprache haben, falls ihr mich irgendwie unterstützen möchtet mit einem kleinen Trinkgeld oder so, freue ich mich natürlich, wenn nicht, ist das auch absolut okay, ihr sollt euch da bitte nicht gezwungen fühlen, das ist mir ganz wichtig, es ist alles freiwillig und ne, weiß es aber natürlich trotzdem sehr zu schätzen, falls ihr das machen wollt. Danke jedenfalls bis hierhin, das war die Folge für heute, macht's gut, bis zum nächsten Mal und tschüss, euer Dave.